Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute endlich mal wieder was von Tinti. Wir haben mal wieder Tinti-Stuff besorgt. Und zwar diesmal die Weihnachtskugeln. Passend natürlich zu dieser Jahreszeit, bald ist ja auch Weihnachten, haben wir uns zwei Weihnachtskugeln, zwei festlich bunte Badekugeln besorgt. Aber ich sehe hier nur eine. Wem wollt ihr hier veräppeln eigentlich? Hier ist nur eine drin. Oh, okay. Hier ist die zweite. Einmal in rot und einmal in blau. Ja, und dementsprechend färbt sich auch das Badewasser selbstverständlich, aber es färbt weder Haut noch Wanne. Nur das Wasser und da drin verstecken sich typisch für Tinti lustige Schwammfiguren, die man aussammeln kann. Und was ganz witzig ist, das kann man vielleicht auch hier so an den Weihnachtsbaum hängen, als Weihnachtsgeschenk. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und wir werden auch schon heute eine Badekugel testen. Dazu rufe ich auch gleich das Krübelmonster mal an. Der muss auch kommen. Und zwar einmal hier blau und einmal rot. Sehr, sehr cool. Also das gefällt uns. Wir werden rot heute als erstes testen. Ja, wir werden rot als erstes testen. Dann kann blau hier noch drinnen bleiben. So, also wir werden jetzt gleich rot testen. Vielleicht mache ich das jetzt hier auch mal auf. Vielleicht duftet das auch schon ganz schön. Oft duftet es ja auch schon super toll. Na, hier sehen wir die Kugel, Leute. Ja, es riecht ein bisschen süß, aber... Nee, bisher noch nicht wirklich was. Deswegen holen wir jetzt mal unsere kleine Badewanne und testen das mal. Und ich muss Krübelmonster noch anrufen. Naja gut, der wird sich wieder freuen, dass es Tinti gibt. Ja, Krübelmonster, grüß dich! Heukan, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles super. Boah, du hast mir ja Bescheid gegeben und da wollte ich direkt das Bad nehmen. Also ich habe nur Tinti gehört und da bin ich direkt ins Bad gesprungen. Ja, das hast du auch sehr gut gemacht, Krübelmonster. Wir haben heute die Weihnachtskugel und heute die rote Weihnachtskugel. Da darfst du dich auf etwas freuen. Keine blaue. Doch, doch, die blaue ist da vorne. Dann nehme ich die blaue. Nee, 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 nee. Die blaue ist erst beim nächsten Mal dran, Krübelmonster. Du hast mir doch zugehört. Jetzt erst mal die rote. Nö, ich möchte die blaue. Nein, die rote habe ich gesagt. Blau, rot, blau, rot, blau, rot. Okay, alles klar. Ich höre schon auf. So, okay. Warte, 3, 2, 1 und die Kugel geht hier rein. Ist eher rot-pink, oder, Krübelmonster? Ja, könnte auch pink werden. Hätte ich kein Problem mit. Wäre so eine Farbe für dich. Du bist ja so ein Mädchen. Ich will doch gar kein Mädchen. Ist doch egal. Ist auf jeden Fall eine coole Farbe gerade, finde ich zumindest. Ja, finde ich auch. Das ist so leicht rötlich, ne? Schaut euch das mal an. Ja, vielleicht hier eher so, ne? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und jetzt warten wir am besten mal. Also es riecht nicht jetzt nach Weihnachten oder so. Cool wäre eigentlich, wenn das irgendwie nach Zimt oder so riechen würde. Ja, nach Zimtkekse. Ja, das finde ich auch. Also Zimtkekse, da hätte ich jetzt nichts gegen. Also die Farbe ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Ist so leicht rötlich, ne? Oh, da ist aber noch eine Menge da. So, komm mal zur Kammer ein bisschen hier hin. Tu mal die Kugel da hin. Und dann warten und warten und warten wir einfach mal. Und Krömmermatzer, wie läuft's? Ja, sehr gut. Siehst du doch, Kahn? Also, es läuft super und ich blute nicht oder so. Das ist Tinti-Wasser. Ja, ist mir schon klar. So. Oh, hier sehen wir schon die Schwammfigur, Leute. Schaut euch das mal an. Cool. Echt cool. Also das Wasser wird wahrscheinlich nicht mehr roter, deswegen. Das jetzt hier so zerbröselt. Damit wir auch hier unsere Schwammfigur rausholen können. Du, du, du. Hier. Noch nicht mal das färbt meine Hand. Wo ist denn jetzt die... Da ist die Figur. Was ist das denn für eine Figur? Oh, das ist eine Muschel, glaube ich. Ja, eine Muschel für Krömmermonster. Ja, für dich. Nein, nicht zu messen. Schade. Also. Der Weihnachtszauber in Rot hier von Tinti. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Schaut euch das mal an, Leute. Ich finde es sehr, sehr cool. Was sagt ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare. Krömmermonster findet es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt habe ich ja das Gleiche gesagt. Ja, ist ja egal. Sieht ein bisschen aus wie Blut. Nein, aber es... Es riecht halt einfach nicht so. Es wäre cooler gewesen, wenn es ein bisschen weihnachtlich riechen würde. So nach Zimt oder Bratapfel oder Lebkuchen oder irgendwas anderes. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch. Und Leute, gar kein Problem mehr. Aber lasst nur ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaui.